Ein herzliches Willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem dritten Spieltag. Die Schanzer zu Gast beim FC Bayern München. Am Samstag 15.30 ist Anstoß in der Allianz Arena und wir rechnen mit 7.000 bis 7.500 Schanzer Fans, die uns da unterstützen werden. Es gibt tatsächlich noch ein paar Karten zu erwerben. Das Ganze am besten bereits online bis morgen 15 Uhr bei uns im Online-Shop und damit auch schon zum Sportlichen. Markus, bitte gib uns doch ein Update in Sachen Personal und deine Einschätzung zum Spiel, was uns da in München erwarten wird. Bitte. Ja, so Personal, nach wie vor so eine Kittel im Aufbau. Er hat so die erste Phase des Trainings, führen wir ihn gerade so langsam heran, sind recht zufrieden. Mittlerweile, wir glauben, dass wir jetzt Stück für Stück steigern können, aber es dauert natürlich noch ein bisschen, bis er richtig dann fit ist. Aber wir sind im Moment sehr zufrieden mit der Entwicklung. Romain Bracherie fällt aus. Romain hat einen Schlag auf die Warte bekommen, aber schon vor anderthalb Wochen, hat letzte Woche sich schon ein bisschen mit rumgeschleppt und hat jetzt immer noch wieder, hat man gewissen Belastungen, Probleme, sodass er nicht zur Verfügung steht. Das müssen wir jetzt auskurieren. Und ansonsten stehen alle Jungs zur Verfügung. Was uns erwartet, davon konnte ich mich selber überzeugen, beim Spiel der Bayern in der Champions League. Eine Mannschaft, die sehr variabel auftritt, die natürlich gespickt ist mit Weltklasse Leuten und natürlich auch von der Bank immer noch wieder wechseln und zulegen kann. Ja, und uns ist bewusst, dass alles perfekt laufen muss, wenn man da was holen will. Wir werden das versuchen. Wir werden alles dafür geben, so einen Tag zu erwischen. Klar, das sind Floskeln, aber letzten Endes werden wir so fehlerfrei wie möglich sein müssen. Wir haben in den letzten Spielen immer mal wieder einen Fehler drin gehabt, der auch was gekostet hat. Das wissen wir, dass wir da zulegen müssen. Ich glaube, wir haben in allen Bereichen auch noch Luft nach oben. Wir haben auch Chancen gehabt in jedem Spiel. Auch da müssen wir kaltschnäuziger werden und das möglichst schnell. Wenn man gegen Bayern was holen will, wenn man da erfolgreich sein will, dann sei es nur ein Punkt, dann muss man ein richtig gutes Spiel hinlegen. Dafür werden wir alles tun. Die Mannschaft hat gut trainiert. Wir werden uns auch nicht verstecken. Wir werden uns auch nicht einschanzern in unsere eigene Hälfte. Wir werden schon versuchen, auch immer wieder Phasen, wo wir Druck machen. Das haben wir uns zurechtgelegt. Und jetzt gilt es, konsequent zu sein. Jetzt gilt es, das zu leben, umzusetzen. Auch glaube ich, dass man in so einem Spiel letztendlich nichts zu verlieren hat. Die Ausgangslage ist ja jetzt nicht so schlecht. Es ist ja nicht so, dass die Erwartungen jetzt übermäßig sind, sondern man weiß, wie schwer das Spiel ist. Und es ist auch vielleicht auch eine Chance, befreit aufzuspielen. Vielleicht auch eine Chance, ja, da nochmal eins draufzusetzen. Und das werden wir tun. Herr Korzynski, Sie haben gesagt, Sie haben das Spiel logischerweise gesehen der Bayern in der Champions League. Was kann man denn von Rostov lernen in dem Fall? Naja, jedes Spiel ist anders. Wir haben mit einer Fünferkette gespielt. Das werden wir nicht tun, sondern wir werden jetzt nichts verändern in unserer Systematik, sondern wir wollen unser Spiel durchziehen. Natürlich wird man sich Dinge zurechtlegen und man muss natürlich schon auch schauen, welche Besonderheiten taktisch da anfallen, was man vielleicht beachten muss. Ansonsten gilt es, seinen eigenen Spielstil treu zu bleiben und durchzuziehen. Weil ich glaube, dass Bayern am Ende so viel Qualität hat, dass man sich nicht darauf verlassen darf, man kassiert schon keins oder sich auf Positionsspiel einlässt oder darauf einlässt, dass Bayern das Spiel macht. Weil dann sind sie sowieso so stark, dass es sowieso irgendwann sich rächen wird. Deswegen kann man schon auch mutig sein, weil auch alles andere wäre, glaube ich, sich da zu verstecken wäre falsch. Und Rostov hat einfach gute Aktionen gehabt. Anfang jeder Halbzeit fand ich, auch in der zweiten Halbzeit nochmal durch eine Einwechslung vorne auch nochmal etwas aufgewirbelt. Aber letzten Endes war Bayern zu stark am Ball. Ja, ansonsten gibt es da eigentlich viel draus zu lernen. Ich schließe noch einmal kurz an. Das letzte Auswärtsspiel des FCI bei den Bayern war ein sehr gutes. Das hätte man, glaube ich, nicht verlieren müssen. Neuer musste einige Male zugreifen. Welche Rolle hat auch das Spiel in der Vorbereitung gespielt? Naja, wir beschäftigen uns schon damit, was war in der Vergangenheit. Dass man daraus lernen kann, über so einen mutigen Auftritt, über Präsenz, über Aggressivität, auch über Mut, dass man jeden Gegner auch, wenn es so phasenweise ist, in Bedrängnis bringt. Natürlich ist so eine klasse Mannschaft immer in der Lage, sich auch zu lösen. Das wird man nie ganz verhindern können. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man auf sich schaut. Wenn man den Gegner im Grunde nicht im Schach halten kann, defensiv, weil einfach so viele Stärken da sind, dann gilt es umso mehr auf sich zu schauen und zu schauen, wie kann ich unsere Stärken einsetzen. Und das werden wir nach wie vor oder umso mehr auch in so einem Spiel tun. Herr Korzenski, alle reden über Bayern. Dienstag geht es ja dann schon weiter gegen Frankfurt, dann gegen Gladbach. Ist das jetzt so die Woche der Wahrheit? Weil ich glaube, in den nächsten drei Spielen, da muss die Mannschaft dann schon Gesicht zeigen, müssen auch Punkte her, oder? Ich glaube, wir haben schon Gesicht gezeigt. Wir haben uns im Pokal mit Sicherheit nicht leicht getan, aber wir sind weitergekommen. Wir haben gegen Hamburg, glaube ich, ein gutes Spiel gemacht und haben ein gutes Gesicht gezeigt. Wir haben gegen Hertha mit Sicherheit ein leichtes Tor kassiert, aber haben auch ein Gesicht gezeigt, dass wir ihn aufgeben und versucht haben, immer wieder den Ausgleich zu schaffen, den hätten wir schaffen können. Also ich habe bisher ein gutes Gesicht meiner Mannschaft gesehen und das wollen wir einfach beibehalten. Dass da man Spielglück braucht, dass wir natürlich auch leichte Tore, die wir kassiert haben, versuchen abzustellen. Das ist auch klar. Wir wissen schon, dass wir zulegen müssen. Aber ich glaube, dass wir auch viel Gutes gesehen haben. Und im Fußball geht es immer um drei Punkte und immer geht es immer um die Wahrheit. Immer letzten Endes in jedem Moment da zu sein. Und das gilt gegen Bayern, das gilt gegen Frankfurt, das gilt gegen Gladbach und das gilt die Spiele danach. Die Saison ist kein 100-Meter-Rennen, sondern das wird ein Marathon. Dessen waren wir uns bewusst und deswegen heißt es für uns, in jedem Spiel versuchen, das Optimale rauszuholen. Und bisher haben wir, glaube ich, gute Sachen gezeigt. Aber wie ich gesagt habe, wir können mit Sicherheit noch mehr. Herr Kotzinski, wir hatten jetzt ganz aktuell diese Woche einen Vorsitzenden eines Ingolstädter Fanclubs bei uns im Funkhaus zu Gast. Und er hat gesagt, dass der FC Ingolstadt den FC Bayern schlägt. Das ist ungefähr genauso wahrscheinlich, wie das unser Funkhaus einstürzt. Und jetzt waren Sie natürlich noch nicht da. Ich muss dazu sagen, das Haus ist nicht so alt, nur wenige Jahre alt. Was sagen Sie zu so einer Aussage? Na, ist doch schön, wenn Glaube und ein bisschen Hoffnung da ist. Es ist doch schöner, als wenn man sagt, die haben eh keine Chance. Ich bewerte das positiv, dass auch die Leute glauben, dass das alles passieren kann. Und es ist ja nun mal so, dass, egal ob Bayern oder Dortmund, halt diese Riege der Topklubs, naja, die gehen irgendwo, lassen sie doch mal was. Man weiß das vorher nicht, aber es ist nun mal so. Irgendwann erwischt sie jeden irgendwann mal. Und ja, wir werden alles dafür tun. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Ich bin doch kein Wahrsager. Aber warum soll man sich immer mit dem Scheiter beschäftigen? Warum soll man nicht auch Gedanken daran verschwenden, dass es möglicherweise funktionieren kann? Herr Kotzinski, wir sprechen jetzt gleich im Anschluss mit Pascal Groß. Welche Erinnerungen haben Sie denn an Ihre gemeinsame Zeit beim Karlsruher SC? Soll ich jetzt echt sagen jetzt? Soll ich die Wahrheit sagen? Hast du was dagegen? Die Wahrheit. Die Wahrheit. Und ich sage es die Wahrheit. Sehr gute. Ich habe kurz gezuckt, Sie haben es gemerkt, weil es natürlich insgesamt beschissen da stand. Das war natürlich damals keine leichte Zeit, wo ich da so reingerutscht bin. Und ich glaube sieben Spiele waren es dann, naja, plus die Relegation. In diesen sieben Spielen haben wir von 21 14 mögliche Punkte geholt. Und trotzdem hat es nicht gereicht. Aber Pascal hat damals, glaube ich, schon einen Schritt nach vorn gemacht. Der hat dann gespielt, hat sehr viel Verantwortung übernommen, hat wirklich in einem Durcheinander an Spielern. Und natürlich, wenn man so unter Druck steht, ist das, glaube ich, immer eine besonders schwere Situation. Wenn man weiß, man steht da mit dem Rücken zur Wand, hat er in jungen Jahren, hat er seinen Mann gestanden. Und hat als junger Spieler ganz, ganz viel Verantwortung übernommen in so einer Drucksituation. Und das war richtig klasse. Er hat dann auch noch ein Tor gegen Regensburg gemacht, ausgeglichen. Es hat dann am Ende leider nicht gereicht, aber es lag nicht an ihm. Aber es gibt keinen Freifahrtschein, nicht, dass sie den Eindruck haben, er muss sich alles hart erarbeiten hier. Wenn wir nochmal kurz auf das Spiel kommen. Man erlebt es bis heute, dass Mannschaften in die Allianz Arena kommen und sich viel vorgenommen haben, aber dann trotzdem sehr nervös wirken. Geht man so eine Partie auf der psychologischen Ebene in der Vorbereitung anders an? Jedes Spiel ist anders. Jedes Spiel verlangt auch etwas anderes. Weil das wird ein anderes Spiel, als es gegen Hertha BSC war. Wo man geduldig spielen muss, wo ein Gegner ein Spiel zerstört und Geduld hat. Und vielleicht auch mal darauf wartet, in der 88. Minute ein Tor zu machen. Und wenn es zu Null ausgeht, ist es auch nicht schlimm. Bayern wird alles tun, um zu gewinnen und wird das Spiel machen. Das heißt, es ist natürlich auch eine sehr selbstbewusste Mannschaft mit ganz viel Qualität. Also ist jedes Spiel auch anders. Und gerade das finde ich interessant, dass man letzten Endes nichts zu verlieren hat. Dass man da hinfahren kann und die Erwartungen nicht dementsprechend hoch sind. Deswegen finde ich es gerade umso interessanter, da frei aufspielen zu können, weil man letzten Endes keine riesen Erwartungen schürt. Also gibt es keine spezielle mentale Vorbereitung auf ein Spiel in der Allianz Arena gegen die Bayern? Ja, nicht wirklich. Es ist eine normale Vorbereitung, weil es ein normaler Gegner ist wie jeder andere auch. Man versucht Stärken zu zeigen, wir versuchen Schwächen zu finden. Natürlich sind bei so einer Qualität weniger Schwächen da. Das muss ja bewusst sein. Das war wahrscheinlich nicht achtmal aufs Torschuss, sondern vielleicht nur viermal. So, dass man dann aber da sein muss. Und das haben wir ja auch schon gegen Hertha gesehen. Wir haben fünf, sechs Möglichkeiten, die ausreichen. Wenn wir gegen Bayern nur drei Möglichkeiten haben werden, dann muss uns das bewusst sein. Ja, aber das macht eigentlich alles nichts aus. Jedes Spiel ist eine Herausforderung, jedes Spiel ist etwas Besonderes. Und gegen Bayern, ja auch, ich empfinde die Ausgangslage jetzt nicht als irgendwie anders. Und das, ja, vorher das ganze Gerede, ja klar, da sagt man, wir gehen selbstbewusst mutig rein. Ein Problem beim Fußball ist oftmals der Gegner. Dass natürlich eine Qualität da ist, aber das juckt mich ehrlich gesagt nicht. Also, die werden ihre Möglichkeiten haben, die gilt zu vereiteln. Vielleicht brauchen wir auch ein Tick Glück dazu. Das wird wahrscheinlich auch der Fall sein. Und trotzdem können wir ganz, ganz viel dazu beitragen, dass man eine Chance hat. Wenn man von einer Wahrscheinlichkeit ausgeht, ist wahrscheinlich in anderen Spielen die Wahrscheinlichkeit größer. Und trotzdem gibt es immer diese eine Wahrscheinlichkeit. Also, es ist wie, wenn ich Lotto spiele, sagen auch ganz viele, ja, ich werde nicht gewinnen. Aber immer gewinnt doch irgendeiner. Irgendeiner gewinnt dann doch 16 Millionen. Weil dann doch alles zusammenkommt. Und wir haben sogar nicht nur Glück, sondern wir haben ja auch Dinge in der eigenen Hand. Es ist ja nicht so, dass wir Lottozahlen tippen, sondern wir haben ja auch Dinge, die wir selber beeinflussen können. Und deswegen steigert die Wahrscheinlichkeit dann schon wieder ein bisschen. Also, es kann immer alles passieren. Ja. Vielen Dank.